BIP Yo, was geht? Jutigman! Waaai! Ich bin gerade am Video aufnehmen. Ja? Ach, ich bin auch... Halt ja nicht weit, weil... Ja, ich bin auch im YouTube. Da ist nachsie drin. Haha! Ja. Ich bin aber auch im YouTube. Ja, wie ich schon gesagt hab, in einem Video gesagt hab, ihr könnt mir Fragen auf Instagram schicken. Und ja, ich tu dir jetzt mal beantworten. Warte, darf ich mal lesen? Ja. Okay. Interessant. Thema 25 Frag 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 kann sich lesen. Er fragt, Luca has- Lurenfreunde mit Freunden. Wien meinst du? Achso, in Klammern Luca. Nein! Ich hab nur keine von nennen. es ist wie sein Lukas da hat sich noch was ich könnte es sich nur in der Regel die Frage ist von 5 von 22 Jungs Adama er oder die die Franz sie fragen Lukas aus meiner Seite schon eine Freundin ein ich habe nicht in der Lage geschaut nein, ich habe keine Frage Timo 25 ich frag ähm allah, das wurde zensiert allah, das war ein Schiffwort ich bin ruhig Ah, da schlägst du jetzt. Das ist cool, ja. Leck mich. So. Oh, scheiße. Das ist nur eine Brongoli. Okay. Ähm, ja. Die nächste Frage ist von... Penis 22. Penis 22, ja. Leck mich. Ähm... Ähm, und ja, er prägt... Ja, sie prägt, ähm... Oh. Ähm, ich fang kein Englisch. Nächst mal vor. Ja. Das ist Deutsch übersetzen. Ja. Wann machst du eigentlich mal wieder Minecraft-Videos? Ich. Wann hast du Minecraft-Videos gemacht? Ich. Boah. Ne, ich mach eigentlich keine Minecraft-Videos. Aber wenn ihr wollt, eben kann ich ja jetzt ein paar hoch... Ne, kann ich ein paar hochladen. Ein paar Minecraft-Videos. Ja. He. Er ist tot. Auf Droge! Ja, okay. Eine, zwei Fragen noch. Okay. Wow. Luca, wie alt bist du? Ich bin 10. Nächste Frage darfst du vorlesen. Oh, das soll ich. Ne, das soll ich. Okay. Das soll ich. Okay. Okay. Ähm. Lukas... 25. He. Lukas 25. Ähm. Lukas 25 fragt. Lukas, ähm. Wie alt bist du? Ich bin 8. So, Leute. An dieser Stelle beende ich dieses Video. Ja, Hashtag Luca, ähm, Luca, Lucas in die Kommentare. Und ja, ciao! Totty.. Pa!